nein 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 weil er selber machen ich gehe da nicht mehr rein das mache ich nicht mehr dass ich nicht ein das sehe ich jetzt nicht mehr ein aber ich habe das noch gebraucht ich bin ich dumm oder warum check ich das leben nicht sogar links ist bestimmt noch was ok wenn ich keine wort schon das elefant machen willkommen zurück nein ich noch mal noch nein das finde ich jetzt nicht okay das macht nichts von vorne das spiel klaut mir schon wieder alle nerven warum habe ich jetzt meinen elefanten nicht mehr wurde um den elefanten gescannt schon recht dass wir da einfach mal ja das war's ich dachte da gibt es jetzt sieht oder so raus hätte ich mir das ersparen können ah Verdammt. Oh. Ein Peach-Block. Ja. Andere Leute. Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin schon an der Coin vorbeigelaufen. Oh, Hund. Der träumt mich einfach. Nee, geh weg. Ich betraut ihr nicht mehr. Ja, was stößt mich denn so hin? Ja, das steht. Sieht so aus, es wird da was sein. Deswegen. Lass mich betrollen. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. Ja. Ja, wie bist du jetzt da hochgekommen, du Gigachat? Keine Ahnung. Geht immer da hoch, gibt an, aber zeigt nicht wie. Das sind immer die Besten. Kannst du auch da runterkommen. Und du musst ja jetzt nicht mit dem PC umstehen bleiben. Wer hat da wahrscheinlich nicht hochkommen. Au. Herr, was hast du denn gesagt, ich soll Gombas umbringen? Jetzt ist er einfach weggegangen. Digga, wirklich, ich vertraue dir nicht. Hm, stellt sich da hin. Ich fall runter. Hm, stellt sich da oben hin. Hm. Hm. Äh. Ich werde hier noch beleidigt, weil ich hier getrollt werde. Ich glaube es denn nicht. Wie soll ich denn das checken, Alter? Du denkst auch, ich bin ganz hell in den Chat. Ich bin mal diese toxischen Spieler, Alter. Ich wünschte, ich wäre in great shape, Bruder. Oh, Kacke. Man muss ja auch nicht alles gleich beim ersten Mal verstehen, ja? Also habe ich jetzt verkackt. Nintendo macht mal gute Spiele. Ah! Das war keine gute Idee, heute zu streamen. Ich bin mal gut. Wow, you're in great shape. Oh. Oh. es kommt in die plume wenn man sich auch so vergessen vergessen was das können was sind keine auf wiedersehen wunderschönes bild erst mal was trinken wenn ich meine flasche aufbekommen würde dass ich irgendwie nicht hinbekommen ist ja schon hässlich dann trinkt was oh ne ist schon wieder ein drei sterne level macht mir angst hui laffa hm laffa hui hallo a ha ha Hm. Ach, Mann. Ja, ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn das? Ich hasse das Light Level. So, irgendwie, irgendwie nervt mich das Spiel. Ich weiß auch nicht. Irgendwie will ich es nicht mehr spielen. Ja, das gibt's. Nee. Also genauso nervig wie die Genschen, die kann man nicht skippen. Hm. 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 Also entweder ist ein Slide Level zu schnell oder zu langsam. Auf jeden Fall ist beides nervig. Au. Oh. Tja, da hätte ich bestimmt hin müssen. Aber immer da, wo irgendwas wichtig ist, ist dann... Es ist leider das Level zu schnell. Hm. 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 Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ah, Paco. Ha ha. Hey, was ist ein Betrug? Ich seh halt nichts, das macht mir ein bisschen Angst. Das ist schon irgendwie gruselig. Und wo ist es das Ziel gewesen für den zweiten Wunderseed? Und wo bekomme ich den jetzt? Das war doch nicht scary. Das sah schon ein bisschen gruselig aus. So, oh mein Gott. Neues Badge, damit ich kein Faulter Mensch mehr bekomme. Nehme ich. Hä? Ach, es gibt nur einen Wunderseed. Okay, dann Entschuldigung. So, wir gehen hier mal einkaufen. Ein Pop-In-Shop. Cool. Brauche ich, weil ich kacke bin. Kaufe mal noch ein paar Stanley-Supprizes. Keiner tot. Eine Peach. Hm. Ein Mario. Noch ein Mario. Ein Nebbit. Und das ist unser letztes. Eine Daisy. Oh nein, ich würde es mehr kaufen. Na gut. Noch ein Nebbit. Und dann ist auch noch ein Doppeltes. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke.